Die Klassenräume bleiben leer im Ernst-Abbe-Gymnasium in Berlin-Neukölln. Eigentlich war für heute die vorsichtige Rückkehr einzelner Jahrgänge geplant. Doch dann entschied sich Berlin doch gegen die Öffnung. Der Schulleiter ist zufrieden angesichts der weiterhin hohen Infektionszahlen. Sie können nicht gleichzeitig privaten Haushalten verbieten, mit vielen Personen Kontakt zu haben oder nur mit einer Person. Und hier in einem Klassenraum mitten in Neukölln, in einem kleinen Altbauraum befinden sich 15 Haushalte, die sich treffen. Wie hier sieht es in vielen Schulen bundesweit aus. Nur vereinzelt dürfen Kleingruppen in den Präsenzunterricht, etwa zur Vorbereitung auf Prüfungen. Doch beim Unterricht von zu Hause hakt es weiterhin. Z.B. gibt es häufig technische Probleme mit digitalen Lernplattformen. Viele Schulen seien außerdem schlecht organisiert, so die Kritik. Wir erleben leider eben auch, dass es Schulen gibt, die im 10. Monat nach der Pandemie immer noch Aufgabenblätter verschicken, die sich nicht bearbeiten lassen. Dass die Lehrkräfte einfach die falschen Aufgaben in die falschen Klassen stellen. Dass es keine strukturierten Pläne gibt, mit wie viel Zeit sozusagen diese Aufgaben abgearbeitet werden sollen. Einheitliche Corona-Regeln für Schulen und Kitas fordert nun Bundesfamilienministerin Giffey. Es brauche einen gemeinsamen Rahmen der Bundesländer für die Rückkehr in den Präsenzunterricht. , Gut. Untertitelung des ZDF, 2020